Ich weiss nicht, ob ihr Musik so gerne habt wie ich. Ich liebe es über alles. Und jetzt kann man sogar noch gute Sachen machen damit. Angels Undercover, Kinderspitex. Laden sie doch runter. 1,90 € für eine gute Sache. Und die Freude an der Musik könnt ihr mit mir auch teilen.